Und ein Bolzenschneider Video. Machen wir eine Hochklärung. Hilfe! Ich setze an. Haben wir nicht, nein. So, bleib mal. Bleib mal oben. Mensch, na gut. Irgendwann ist die Kamera anders vor sich. Ich hab Angst um die Kamera. Angst um die Kamera. Angst um die Kamera. Angst. Aber jetzt waren die öperen Schlüssel auch einfach noch besser. Ja. Hier, da ist er. Mal gucken, ob ich es auseinander biegen kann. Wahrscheinlich nicht. Doch. Ja. So reißt man es denn da raus. Ja. Perfekt. Ja. Da ist's mein Zentrum obankern. Entfernung.